Ich bin Jürgen Knirsch, arbeite für Handelsfragen bei Greenpeace und bin in Genf, weil heute die Welthandelsorganisation WTO ihre Ministerkonferenz tagt. Wir als NGOs sind ausgeschlossen von dieser Konferenz, zumindest von der Eröffnungsveranstaltung. Normalerweise dürfen NGOs die Eröffnungsveranstaltung und die Schlusskonferenz besuchen. Aus nicht mehr genannten Sicherheitsgründen sind wir ausgeschlossen worden von der Eröffnungsveranstaltung. Das ist ein Skandal. Die WTO hat seit ihrer Gründung eine schlechte Liste von Maßnahmen der Nichttransparenz und des Ausschlusses von demokratischen Strukturen. Gerade in einem Land wie Genf, was ja eine reiche Tradition an Demokratie und Beteiligung der Bevölkerung hat, ist es ein Unding, wenn die WTO beschließt, die NGOs draußen vorzulassen.